moin moin und herzlich willkommen zu diesem live let's play zu enshrouded ja ich wollte einfach mal ein neues spiel starten ich hatte das einfach mal ein bisschen ausprobiert gehabt so einmal im stream der charakter ist wieder weg nicht haben das erstellt haben aber ich wollte da einfach mal jetzt ja ich bin wichtig hast kommt natürlich natürlich wer ist dieser punkt kennt man den ja also ich wollte jetzt mal ein live let's play raus machen so und ich habe also meinen alten charakter gelöscht den ich im letzten test erstellt hatte deswegen würde ich hier trotzdem aber den vom letzten mal noch mal neu erstellen wird jetzt auch hier parallel aufgenommen extra für youtube mal gucken wann der rauskommt hatte glaube ich letztes mal den hier genommen als basiskarakter die haare haben ja die bessere ich weiß es nicht mehr aber fähig erzähl mal wie geht es dir ich glaube ich bleibe bei denen die oben waren obwohl das ist jetzt ein bisschen anders sagen mal so sie hatte eigentlich im letzten test gestartet gehabt und dann wollte sie das nicht mehr hier also sie wollte dann diesen speicher stand behalten deswegen deswegen ist das jetzt ein bisschen anders gelaufen ich würde sagen ich nehme den charakter und dann halt natürlich meine roten haare müssen sein und dann würde ich eher dann würde ich den dann würde ich gehen das sieht dann mehr nach mir aus würde ich sagen aber das ist man kann hier den charakter den man erstellt hat mit übernehmen zu den anderen spielständen also ich kann rein theoretisch auch rüber mit dem charakter die jetzt mit rüber zu hier gehen und ihr da wissen helfen so dass wir die auch mit dann aufgenommen oder sie kann auch mit ihrem charakter rüber zu mir kommen oder auch mit mit dem karsten den solchen kobold mit dem werden auch ja machen mit dem die stimme nehmen so charakter name so wir bleiben uns treu besteht so dann spielen wir mit ihm für die infosequenz schalte ich einmal kurz die käme von mir aus dann bis gleich also machen wir erst mal privat man kann das ja jedes mal mal wieder ändern dann ist gleich sehen gleich nach der in in along ago a wonderer brought an entrolling gift to the people of embervale the elixir it was a cure a blessing a weapon once concealed by the ancients its might Die Welt hat sich frei gemacht. Mit es kam Power, Mistrust, Und Lungen für mehr. Humanity dug die Elixir-Wels, Rippen apart die Land und einen anderen Toquench der Thirst. Elixir und Blood A Drop For A Drop But from the depths of the Wells, An unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, A ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, Ancients and humans united To forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. So, und da sind wir. Freddy auf das, was du zuletzt geschrieben hast, da geh ich gleich noch ein. Wegen Arcania. Mach dir da keine Sorgen. Hier sind wir erwachen. Das sind wir. Schön nackig. Natürlich. Wenigstens ne Hose haben wir an. Den Anfang kennen wir ja noch. Aus dem Let's Test. Was ich leider nicht aufgenommen hatte. Und sagen wir mal so. Ähm. Ich war auch, was äh. Das Game angeht, so. Ein bisschen selber auch verwirrt. So, äh. Wegen dem Let's Play. Live Let's Play und so. Ähm. Ich hatte einen Let's Test gemacht gehabt. So. Dann äh. Wollte ich irgendwie. Äh. Ein richtiges, äh. Let's Play draus machen. Dann hatte ich das Ding wie offline gespielt gehabt. Und dann so irgendwie. Ja, ähm. War von meiner Seite auch. Sehr viel. Auch missverstanden, sagen wir mal so. So. Aber jetzt geh ich mal mit der, äh. Flamme hier reden. Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zu fliegen. Suche in den Hochweiten nach mehr schlafenden Überlegungen. Ähm. Für die, die es interessiert, ich spiele mit Controller. Mit, äh. Mit dem Xbox Controller. Auch für die auf YouTube, die dann im Nachhinein zuschauen. Mal gucken, wann ich das schaffe, hochzuladen. Also, ich werde definitiv schneiden müssen. Also, mehr schneiden als sonst. Und, ähm. Ja. Übrigens Freddy, wie, äh. Wie behalten das jetzt, dein Arcania jetzt zu dir? Du hast dein 100% Durchlauf. Wie weißt du? Du liebst dieses Spiel. Ähm. So. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt. Voller Gefahren. Brücke. Start, um deine Karte zu öffnen. Und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Äh. Ja. Da. Das ist das, was ich drücken wollte. Genau. Ich habe aber das Richtige gebrückt. Hier werden alle entdeckten Rezepte für die Handwerkstation gespeichert. Du kannst diese Symbole auswählen, um schnell, äh, verschiedene Kategorien zu navigieren. Dann, hier findest du die Anforderungen und Zutaten für jedes Rezept. Du kannst Rezepte anheften, um benachrichtigt zu werden, sobald du genug Zutaten zu ihrer Herstellung gesammelt hast. Schön. Das wollte ich auch. Ich wollte eigentlich hier zur Karte. Die Map ist schon riesig. Ui. Aber auch ruckelt sehr viel bei mir. Naja, weil ich auch nicht nur, äh, Streams auf aufnehme, ist bei mir die CPU und die GPU ein bisschen sehr ausgelastet und dann noch dazu das Game. So. Die Fundierung ist gerade überlastet. Fände ich super. Aber, ja, die Map ist riesig. So. Dich aber, äh, ja, das hatten wir gelesen. Und da haben wir auch schon den ersten Brief. So, äh, neue Geschichtsseite allgemein. So. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer. Fützt es in einem flammenden Kern eine Weisheit, die bald über meine eigene Vorstellungstrakt hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Meer starten. Nach Antworten suchen, nach einem Flüstern, aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Keine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Walter sagt. So. Ich hoffe, ich kriege das hin, so mit der Aufnahme und, äh, mit dem Stream, ohne dass da was schief läuft. So. Aber wir müssen ja erstmal durch die Mine hier. Und da haben wir hier auch nochmal eine Tour mit einer Fackel und Bandage. Äh, genau das wollte ich. Ich wollte die Rolle machen. Ich mach immer aus Versehen die Rolle. So. Noch eine Fackel. Für den Fall, dass die eine verbraucht wird. So. Und das nehmen wir auch mal mit. So. Haben wir auf. Und hier noch was zu lesen. Odee an Erlands. Kommt zusammen, wir trinken. Eine Odee der Königin, eins von den Jungen. Drei Kinder auf dem Arm. Der Becher voll, und wenn sie laut dachte, dann hat sie gesunken. Mäht in meinem Becher, oder füllt ihn mit Rum. Lieber zu viel Trank, als nichts zu tun. Zu wenig geht nicht, also sei's geteilt. Trinkt lieber zu viel, auch das ihr verballt. Lieber mäht in meinem Kopf, und auf der Flucht, als mein Kopf auf nem Spieß war jeder sucht. Holt Rum und mäht, und in den Becher rein. Den Becher aus dem Kopf, dass das Trinken nicht sei. So. Hier kommt, ja. Da haben wir schon mal ne bessere Waffe. Gehen wir mal in den Rucksack. Und packen, nein, nicht zerlegen, äh, das da hin. Und das mal hier hin. So, gab's da auf der Seite noch was? Ich glaub, ich bleib bei der Fackel. Damit wir auch ein bisschen besser sehen können. Aber hier. Das nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir mit. Und davon haben wir die nächste Fackel. So. Die Flamme ermöglicht es dir, dem Miasma zu widerstehen. Aber wenn du zu lange weißt, stirbst du Troste. Entkomme, um deine maximale Zeit im Miasma aufzufüllen. Und noch eine Fackel haben wir. Ich find das Wort Miasma richtig geil. Um sie ehrlich zu sagen. So. Drücke R, um deine Gegner ins Visier zu nehmen. Drücke B, um auszuweichen. So, da haben wir den ersten Gegner. So, Miasma Sporn nehmen wir mit. Da haben wir die nächsten beiden. Ich muss aber auch sagen, mit Controller ist die Steuerung deutlich angenehmer, finde ich. Das ist wirklich bei weitem angenehmer. Außer das Bauen. Kann ich. So. Erstmal alles mitnehmen. Holzverlangs haben wir freigeschaltet. Perfekt. Wieso? Fällst du, erwachst du an einem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben? Ich muss aber auch sagen, ich finde das Spiel auch richtig schön gemacht. Ich hoffe in diesem Lauf, also wenn ich das hier dieses Mal im Let's Play hier spiele, werde ich weniger von Bienen angegriffen. Die Bienen, die waren, als ich das offline gespielt hatte, wo ich das aufnehmen wollte. Die waren ein bisschen nervig. Wenn du mit einem Schild oder einer Nachwaffe ausgerüstet bist, drücke LB zum Block. Ein gut getimeter Block wird den Angriff parieren. Und wir haben einen Stufenaufspiel. Und einen Fähigkeitsbomb. Perfekt. Ein guter Block. Okay. 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 Können wir schlafen? Was haben wir da? Ich habe noch mal geahnt. Und wir lesen jetzt. Tagebuch des Hauptmanns Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich ihn in einen seiner Art gesehen habe und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Argride. So. Hier war noch nicht die Gau. Wir werden hier öfters mal hinkommen, zu dieser Hütte. Weil hier so viel Zeug ist, was man eigentlich looten kann. Und gebrauchen. So, hier die geheime Tür, die kennen wir ja auch noch. Und nehmen wir auch nochmal mit. So. Holzfeil. Nehmen wir alles mit. So. Hier unten gibt es ja Ratten. So. Die blünen wir auch. So. Ich liebe auch diese Hallen, wenn man in so Räumen drin ist. Hier wollt ihr auch noch hin. Weil hier gibt es auch noch eine schöne Truhe. So. Hier habt ihr noch was. Ne. So. Aber hier gibt es schön Holz. Und interagiere mit Lagerfallen, um Essen zu kochen. Oder setze dich in ihre Nähe, um Ausblut zu werfen. Ich will kochen, aber ich habe nichts zum Kochen. Platziere Nahrung in deiner Aktionsleiterin. Wähle sie aus und drücke X, um sie zu kochen. Ich habe aber jetzt nichts zum Kochen hier, ne? Äh. Ups. Noch hier habe ich was. Jetzt habe ich was zum Kochen. Jo. Äh. Welche Folge müsste heute denn raus sein von Gothic 3? Die fünfte, glaube ich, oder? So. Ein erholsamer Schlaf. Endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochen schmerzen. Aber mit der Wärme eines Feuers, einem Unterschlupf und etwas Schlaf, sollte ich mich gut ausruhen können. Das Essen wird knapp. Ich habe gehört, dass sie eine Expedition planen. Zum Glück habe ich einige Rationen unter meinem Bett versteckt. Sie werden eine gute Mahlzeit abgegeben, wenn sie über dem Feuer gekocht werden. So. Hier. Einfach hinter versteckt. Heute müsste, glaube ich, Folge 5 raus sein von Gothic 3. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das ist dann auch die Folge, wo ich dann endlich mal, äh, aus Adair und Capun dann, äh, weggehe. Okay, mehr ist hier nicht. Aber hier unten gab es noch was. Im Miasma. Genau, noch ein bisschen Garn. Noch gar nicht Garn. Meint, meint es jetzt Capun? Ähm, ich sag mal so, ähm, im Let's Play, was ich aufgenommen habe, was, äh, kommt, ich bin schon sogar in, äh, Silden gewesen. Also bis dahin kam ich schon. Ich weiß nur nicht, in welcher Folge, äh, ich schon bin. Was, äh, was Gothic 3 angeht. Also welche jetzt, äh, Folge heute raus ist. Hier haben wir noch ein paar Pfeile, die nehmen wir mit. Frottpfeile. Ja, ich queste auch. Das, das nenne ich immer eine böse Unterstellung, dass ich, äh, gar nicht queste. Vielleicht bin ich einfach nur anfangs ein bisschen zu schlecht gewesen für die Quests. Dass ich die Quests, äh, viel zu schnell aufgegeben habe und dann irgendwie geguckt habe, dass ich skille. Aber ich queste. Jo. Wieso ist der denn so schnell? So, die Stoffwetzen nehmen wir auch mal mit. Das nicht quest kann ich mir für Kenia aufwege. Okay. Also ich gucke mir dann nur, äh, die Ortschaften an, aber, äh, mache die Hauptquest an. Äh. Finde ich jetzt ein Boot noch? Äh, ah, doch da. Sturz ins Verderben. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern. Immer mit einem wachsamen Auge den Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlägen und uns jeder Hoffnung zu nehmen. Äh, Niamh! Danke für den Raid. Äh, man hat das jetzt zwar nur gehört, aber ich glaube, man hat das jetzt irgendwie nicht gesehen, oder? Danke für den Raid. Äh, gebt ihr eben mal schnell einen Shoutout. So. Äh, wie geht's heute? Wie ist der Stream gewesen? Was hat denn so gemacht? Und ja, willkommen zu diesem, äh, Live-Let's-Play. Das wird jetzt, äh, die erste Folge, die ich auch extra für YouTuber aufnehme. Wie geht's euch so? Was, was habt ihr gemacht? War wahrscheinlich das Special von gestern noch ein bisschen weiter, ne? So, Hi Chana, Hi Young, Mellow, Yafi Mei. Wie, wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Ich glaube, ich lese das mal gleich, oder? So, das ein bisschen am Ruckeln hier, glaube ich auch. Weil, bei mir ist, äh, die CPU ein bisschen und die GPU ein bisschen sehr ausgelastet, weil ich das nicht nur streamen, sondern auch aufnehme parallel und das Spiel fordert noch viel Leistung. Aber ja, das hier ist, äh, entschraudet. Ich wollte das jetzt eben kurz, äh, lesen, was hier steht, ja? Kurz ins Verderben. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern. Immer mit einem wachsamen Auge gegen Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt, durfte das Miasma uns zu verschlägen und uns jeder Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diesen verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter, als die Brände am Horizont wügelten und Asche wie Schnee auf die Holzspitze fiel. Hielten wir durch. Möge diese Heimat letzte Wacht der Blut uns in ein leuchtendes Zeitalter gleiten. So, und es wird dunkel. So, und jetzt sind wir mal aus dem Miasma raus. Und wir suchen uns da hinten irgendwo Plätzchen zum Wohnen, sagen wir mal so, wo wir anfangen können zu bauen. Beziehungsweise hier die Pilze können wir auch mal einsammeln. Äh, hoppala. Ähm. Moment mal. Das ist das, was ich das letzte Mal gebaut hatte. Verdammt. Ich dachte, ich hätte die MacBook auch noch gelöscht. Ich dachte, ich habe eine neue Welt gestartet. Ist jetzt ein bisschen doof. Das ist das, was ich im Off-Stream gebaut hatte. Das ist die Hütte, die ich gebaut hatte. Egal, dann haben wir haben wir jetzt hier dann haben wir jetzt schon mal hier eine Hütte. Und verkaufen wir als Easter Egg. Ja, wir, äh, natürlich werden wir hier werden wir die Hütte erstmal behalten und haben den dann schon mal. Beziehungsweise jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt den. Boah, wie krass da hinten, das da. Rot leuchten, am leuchten ist. Was haben wir hier? Sie gerade gar nichts. Aber das rote Licht da hinten, das ist ja mit bösem Jasper, das uns sofort umleben kann. Und was blau ist, das ist das, wo wir noch durch können. Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt die Hütte. Ist jetzt ein bisschen doof gelaufen von meiner Seite. Aber wir legen uns hier einmal schlafen, damit es draußen wieder hell ist. Äh, ich will schlafen. So. Aber sieht sehr schick aus. Das ist jetzt echt doof. So. Ja, ähm. Was sagt denn das Tagebuch hier? Best haben wir zwei. Säure, den Lexierbunnen und der Schmied will eine Werkstatt. Äh. Beanspruch, ein Platz für deine Bars und finde den schlafenden Überlebenden. Den hatten wir jetzt blöderweise äh, ungewollt übersprungen. Ich glaube, ich habe jetzt nur einen neuen Charakter erstellt und nicht einen neuen Lack. Ja, aber dann, äh, Lammalter. So, machen wir schon mal die Holzfällerart. Die Spitzhack kann hier sind wir bauen, ne? Es fehlen mir Äste dafür. Ah ja, und, äh, im Rucksack können wir dann nochmal ein bisschen umplatzieren. Ich würde das mal hierhin packen. Die tauschen immer um. Und die vergehen auch ganz schön schnell. Und das packe ich mal hierhin. So, obwohl hier kriegen wir auch nochmal Äste. Da können wir auch nochmal eine Spitzhacke bauen. Ne? Pflanzenfasern kriegen wir hier. So. Korn hat hier auch nicht mehr zu plumpen. Dann kriegen wir die Holzfällerart. Oder Holzscheiter. Aber ja, das ist, äh, aus Dingens meine Hütte gewesen. Aber wir gehen aber trotz nochmal darunter und so. Gucken, dass wir da alles irgendwie aufgebaut kriegen. Beziehungsweise, ich versuche mal, ich irgendwie, ich irgendwie, alles irgendwie dann, keine Ahnung. Jetzt echt doof gelaufen von meiner Seite. Ich bin jetzt wieder verwirrt, was ich machen soll. So, aber ich wollte jetzt, äh, Dings. Pitzhacke, da fehlen mir immer noch Äste. So, Pitzhacke. Die packe ich mal hier hin. Auf dat nochmal um. So, und der liebe Herr da hinten möchte jetzt eigentlich, äh, sein Ding zu haben. Aber warte mal. Handwerk. Ich baue mir auch schon mal ein Schild. So, ausrüsten. Ich bin lieber hier mit, äh, Schild auch unterwegs. Keule können wir noch machen. Bogen. Hier, Lumpen. Da brauchen wir wieder Garn. Wie viel Garn brauchen wir dafür? Drei. Fünf. Sieben. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Garn, äh, ja, der, der, der ist am Pass. Genau. Den, den Pass müssen wir noch finden. So, wieder Äste sammeln. Dann haben wir da, äh, Pflanzenfaden meinte ich. Ist hier noch ein Gegner? Da ist ein Gegner. Sind wir den noch kaputt? Sieht? So, die, den Jasma Sporn nehmen wir mit. So, das nehmen wir auch mit. Und gehen noch mal nach unten. Hier gibt's auch noch Gegner. So. Und erledigt. Autsch. So, das auch noch mal durchsuchen. Das auch noch mal blindern. Hier haben wir einen Durchgang. Äh, das kann ich mal so frei machen. Und das nehmen wir auch mal mit. Aber wenigstens, äh, abgesehen von das, was gebaut wurde, ist, äh, alles andere hier zumindest wieder frei geworden. Also, wieder resetet. Nur das, was hier gebaut wurde. Also, was abgebaut wurde, ist wieder, wieder, äh, da, sagen wir mal so. Oder? Warte mal. Ich muss eben kurz was gucken. Ne, ist alles, alles wieder da. Das hier war, man sieht hier noch die Spuren vom Abbau, was ich gemacht hatte. Aber das Ding hatte ich komplett weg, äh, weggerissen. Ja, man sieht hier noch die Spuren. Okay, wenn man neuen Charakter startet und dann in die Welt geht, äh, wird nur zum Teil resettet. Was habe ich denn hier gemacht? Okay. Hat aber auch nicht alles, glaube ich. 1 zu 1 übernommen. So, warte mal, jetzt Handwerk. Wir wollen was anziehen. Wir brauchen das, das und nochmal zwei Garen. Dann haben wir auch die Schuhe kriegen. So, ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten und das löschen. wir sind angezogen. Dann, warte mal, wir brauchen, äh, dann noch, also, Bauchhammer können wir machen. So, Klammenalter, das mache ich nochmal. Bergfang, da braucht ich wieder Garen. Pflanzenfasern. Pflanzenfasern. Boah, das mit dem Sammeln, das ist aber auch hier. So ein Punkt, wie viel Pflanzenfasern man sammeln muss. das nehmen wir alles hier mit. Äh, den Stein dann auf. so, so, eins, zwei, und Bergfang. Ich weiß, wir haben zwar hier eine, aber wir mussten das nochmal machen. und hier. Warte mal, ähm, Ah, ich glaube, mit dem kann ich dann noch eine mehr machen, ne? Kann ich mein Gebiet hier somit dann erweitern? Ist jetzt mein Gebiet erweitert? Hier ist ein Rand. Aber. Baugebiet bin ich. Ah, okay. Ich würde aber das vielleicht doch lieber. Hm. Warte mal. Baum nicht. Äh, wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. Wähle das Material, mit dem du etwas bauen möchtest. und öffne das Untermenü, um aus verschiedenen Formkategorien auszuwählen. Ich würde das Ding wieder entfernen wollen. Flamme tilgen. Flamme tilgen. Flamme tilgen. das Nachdünnen der Flamme bietet einen anhaltenden Schutz, der bald nachlassen wird. Ah, sie kommen noch warten. so, ähm, so, ähm, Machen wir den wieder weg. Oh, das Ding ist auch weg. Okay. Wenigstens haben wir das mal hier jetzt auch noch, äh, live gemacht. So, hab ich hier noch irgendwas, was gemacht werden muss. Hier, herstellen und sparieren. Baugerüste, Bauhammer. ein paar Rezepte haben wir. Gleiter, Metallschrott, Betten, Tische. Ah, okay. Ein besseres Bett können wir auf jeden Fall machen. So, Greifhaken, Gleiter brauchen wir. Die müssen wir herstellen. und hier Lagerküsten. Beziehungsweise haben wir eine Lagerküste hier. Ich glaube, wir hatten hier eine gemacht. Ja, hatten wir tatsächlich, ähm, machen wir mal so. Warte mal, da war los Fleisch, und die Dinger. Pack ich die auch mal hier hin. Dann können wir kochen gehen. Falls ich eine Feuerstelle habe. Hab ich eine Feuerstelle? Ich glaube, ich habe hier keine Feuerstelle gemacht, ne? Egal. Ziel ist es jetzt erst mal den Greifhaken und den Gleiter zu machen. Ein Teilschrott, Garn und Miljasma-Sport. Zehn Miljasma-Sport müssten wir haben. Hatten wir gerade, glaube ich, da irgendwo gehabt. Muss ich noch mal kurz gucken. So, Stapel teilen. Und noch einmal. So, die nehmen wir rüber. Und was ist denn noch? Für den Greifhaken? Garn und Metallschrott. Man braucht für alles Garn hier. Oh, Wilfe. Den holen wir uns. So. Die Zauberstoff können wir jetzt machen. Den holen wir uns auf. Gibt ja alles Punkte. Und Fleisch. Den Typen da, den kann man leider nicht töten. Den kann man leider nicht töten. Der ist relevant. Der kann den nicht einmal anvisieren. Leider, leider. Der ist leider relevant. Der wird noch gebraucht. So, Pflanzenfasern. Noch mehr Wölfe. Ja, Mann. Was ist mit dem? Warum wagen die da durch? Groß Wolffleisch. Perfekt. So, und das nehmen wir auch mal mit. Apropos, wir müssten auch mal wieder was essen. Ich bin der Gesundheit da. Und wir brauchen von hier Metallschrack. Jede Menge. Ähm. Okay. Okay, das war kein Metall. Gibt's hier? Oh, nochmal Garn. Wo gab's hier noch Metall? Hier auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall. Ja, nice. Äh, das wollte, nein, ich will das nicht lesen. Und Dietrich haben wir freigeschaltet. Hat der in der Fall? Nein, der hat nur Holz. Oben war, glaube ich, noch eine Teile. Das war hier jetzt falsch. Aber hier ist auch nochmal Garn. Wie viel Garn hier auch eigentlich versteckt ist. kann ich die Tür abbauen? mit der Tür wird nichts. Ah, das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen, hätte ich davon Metallschrack kriegen können. so, aber das nehmen wir mit. Stein nehmen wir auch mit. Kann man alles immer gebrauchen. ähm, ähm, okay. Warte, hier gibt es ja auch noch Pfeile. Die Brällenbrücke. Hat er einen Metallschrack? Nee, aber Knochen. Ja, ich hätte jetzt kurz gedacht gehabt, wegen der Rüstung, dass das vielleicht, äh, nicht Knochen, sondern, äh, Metallschrack da wäre. So, hier haben wir noch was zu lesen. Tag Uhr des Hauptmanns, Tag 6. Die Angreifer haben uns die letzten zwei Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben erhalten. Vielleicht überleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe ihr befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Hauptmann Arkwright. hier nehmen wir auch wieder alles mit. So, nochmal mit zwei Metallschrott. das müsste doch, glaube ich, reichen, was wir jetzt haben. Zumindest für den Greifhaken. so, sammeln. Aber ich finde trotzdem, unser, unser Haus ist eigentlich schön. Oder nicht? auch wenn ich den vielleicht hier, äh, doch lieber jetzt im Stream gemacht hätte, so im Nahhinein. so, drei Fahrten. Ach, genau, Garn. Eins, zwei, drei, vier. Was fehlt denn da jetzt? Ach so, immer noch ein Garn. So, dann haben wir den. und ausrüsten. Damit kommen wir jetzt auch noch rüber zu dem Turm. Also, Spezialgegen schon der Hälften, drei Fahrten. Nochmal, äh? Die Brellenbrücke. Wir gehen auf jeden Fall schon mal direkt darüber. Da. Kann ich dich einsammeln? leider nicht. Oh, Garn. Da unten gab es jetzt nichts. Garn hätte jetzt Schwierigkeiten, hier drüber zu kommen. Oh, Wasser. So, und nochmal mit Hals-Fall. Perfekt. Wer ist Born? Aus Gothic 1. Kennst du wahrscheinlich nicht. Der ist da vom neuen Lager. Söldner. Oder wer weiß. Vielleicht hast du schon mal was von dem gehört. Noch nie gehört, hm? Ja, Freddy, okay. So hart eingesessene Gothic-Fans, wie ich wissen, auf jeden Fall, wie wer das ist. Ich bin gerade ein, ich habe noch keinen Bogen gebaut. Oh, ähm. Den, äh, eben schnell fertig machen. Ich habe Angst vor dessen Armbrust. Ich bin gerade ein, 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 ich bin gerade